Hallo liebe Dragons Fans, ich bin's Victor. Ich melde mich aus München, um euch ganz ganz viel Glück für die kommende Saison zu wünschen. Wichtig natürlich der direkte Wiederaufstieg in die Pro B. Das würde mich sehr freuen, denn einmal Dragon, immer Dragon. Von daher verfolge ich natürlich intensiv was um den Dragon Dome herum passiert und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen. In dem Sinne alles Gute und bis dann.